Die Lücken hier zu machen, ne scheiß, das ist jetzt nicht Ne, das ist eine Verteidigung Was ist denn der jetzt in der Verteidigung? Das ist nicht schön, aber er scheint zu gewinnen, auch wenn es rot ist Ich habe keine Atomboome mehr, die ich einsetzen könnte, um meinen Angriff zu verstärken Hau mal da rein Ich habe keine... Ja, ich kann sie auch nicht verlassen Sie haben, geht's bei dir aus Ja geil Ich baue den gerade, ich baue noch mehr von den Dingen sehr gut So Ich bin mir jetzt entschuldigt, ich muss mal nach... Na dann, ich muss noch da unten, oder bist du noch da unten Hört mal auf, da unten zu sein Ich komme schon ein bisschen schneller fahren Müsst ihr nicht durch neue Panzer setzen, kann ich aber nicht Ich habe nicht durch neue Panzer Glaub ich noch von inzwischen 202 Ich habe drei von diesen Dingen Wow Aber das geht halt einfach nicht vorwärts Machen wir halt nur ein Viertes auf Machen wir halt nur ein Viertes auf Aber ich brauche noch mehr Stahl Ich brauche noch mehr Stahl Gib mir mehr Stahl und Ist das Molybden? So Kann ich Molybden auch noch irgendwo? Ne, ok Anderes Spiel vielleicht Was macht das Spiel jetzt schon wieder? Slade Oh Gott, was lädzt denn jetzt schon wieder? Mh Mh Ah, was? Nein Dann gibt es noch Wow Jetzt kommt Wart mal weiter hier Wir müssen ja Barcelona endlich mal einnommen So Die Luftlande platzieren Nehm ich euch auch mal weg Den braucht ihr nicht mehr Dann nehm ich euch mal Neue Hauptstadt ein Die nächste Hauptstadt So, weiter zur nächsten Hauptstadt kommen Gut, wir werden jetzt wahrscheinlich einen Teil davon wieder zurückerobern Aber, ah Malle ist jetzt Und Amerika besetzt, ok Was? Aber Es war positiv Mehr dann eben nicht Ich hab schon 7% Beteiligung Eine Panzerarmee macht die Sache Also ist Pause Eben war es noch grün Jetzt ist es plötzlich rot Ah Ich kann nichts übernehmen Doch, ich kann da hinten was übernehmen Aber Das kann ich alles nicht übernehmen So So Dann hab ich ja nicht genug Punkte Immer noch nicht genug Punkte Jetzt ist das weg Möchte ich da ein Stück mittendrin haben Klar Klar Ich kriege ja sonst nichts mehr Gut Das ist doch auch schön Ist es nicht schön Galizien, ey Was ist das denn? Wir haben die republikanische Spanien So Das ist diese andere republikanische Spanien Das ist jetzt auch Wens mal Wir haben die republikanische Spanien Das Mitgliederalliiert ist Und wir haben die republikanische Spanien Das nicht Mitgliederalliierten ist Das sind beide kommunistisch Da haben wir noch Katalonien Was ist das da unten? Ah, das ist das Spanien, das niemand mag Wenn ich verstehe Ähm Ah ja, die Luftwaffe wollte ich noch umpositionieren Geht mal nach Budapest Waskenland? Wo liegt das schon wieder? Nein, nein, ihr Wo war das genau, die Idioten Was ist das denn? Schon wieder hier? Siam Da müssen wir wieder Zwölf Warten wir nochmal einmal Brasil Und einmal Flanke Vielleicht minus 2 bei 12 Was? So, schön, dann haben wir noch 2 Provinzen davon Ja Bist du mich nicht hasst, weil ich Gebiete von denen hab? Ja, sie hatten unsere Kernprovinzen Ja, sie hatten unsere Kernprovinzen Ja klar, gehen wir mal Galio Ja, 35. Na ja Bild noch aus, ja Läuft doch gut So, jetzt muss ich nur warten, bis meine Truppen einmal um den Kontinent rumgefahren sind Moment, die haben jetzt eine viel größere Reichweite, ne? Ja, die können bis da runter Wow Die Reichweite von den Lenkraketen ist ja Hammer Ja Dann schießen wir doch mal auf unsere Türkei mit unseren Raketen Die werden da automatisch immer wieder nachgebaut Da ist noch eine Ist da noch irgendwo eine, die ich jetzt gesehen hab? Nee, ich glaub nicht Ich kämpf doch noch Nee, warte mal Oh, der Krieg ist vorbei Oh, hab ich gar nicht mitbekommen Das erklärt einige So, dann Ja, wobei Gut, dann wollen wir jetzt drücken wir da auch nicht runter zu schicken Gut, Kommando zurück Du kreist wieder Luxemburg ein Zuhören Ihre Befehle? Bereit zum Ausrücken Ist doch, Johan Ihre Befehle? Gut Gut Da sind noch zwei Flicken irgendwo waren Schade Dann können wir den Flieger da ja auch wieder abziehen Wenn, was die Flieger da sind Nachdem ist das Wie, wo die Flieger da sind Das ist der Flieger da Ich glaube, das ist nicht alles Wenn da das ist, vielleicht nicht all das Warum überhaupt Sie sich hier Das ist alles Das ist ein anderes ganz entspannt. Ich weiß, ich habe keine Vorlage für diesen Panzer, weil die Produktion ist so langsam. Pro Tag. Du kannst du komplett vergessen, dass das noch durchgeht. Schade. Ich habe wenigstens noch ein Archiv-ein-Frei-Spiel. Ihr geht mal üben. Hätte ich früher mit anfangen sollen, aber ich habe irgendwie noch gehofft Spanien oder so. Das habe ich zwei so kack Flecken. Kunde ich auch irgendwo Versorgungskarte? Ne, nicht Versorgungskarte. Widerstand bis zum Tyron. Ressourcen. Sechsten. Ich hätte gerne das hier komplett, naja. Also die geben einem ja immer nix. Wenn er so wenig Punkte hat, dann ist das kacke. Aber hauptsächlich schön weiter kriegs. europäische einheit schaffen jetzt alle deutschen staaten jetzt ich kann die u schaffen also kann ich nicht weil ich nukleare schläge gegen japan ausführen ich glaube das wird auch nichts mehr ich glaube wir haben auch keinen bürgerkrieg ja das hat das problem und demokratie und daran dass sich halt ich könnte aus dem bündnis austreten aber das erscheint mir ein bisschen unklug aber gut es ist eh gleich vorbei ich werde wohl nie genug normale panzer haben man kann ja auch langsam wieder aufhören und nachkommen lass uns weiter konvois bauen aber ich könnte mal einen leichten panzer durch den modernen panzer ersetzen ja das geht was ist denn da so der unterschied ich sehe den unterschied so geschwindigkeit 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 wo bist du ich sehe es nicht es gibt keine geschwindigkeit er steht einfach nur ich sehe keine achso nein es gibt einen hm warum Was da steht? Bestimmt... Da dabei, oder? Max Geschwindigkeit 10 kmh nur. Hm. 6 kmh. 4 kmh. Wow, selbst die Maus ist schlechter als der moderne Panzerlecken am Arsch. Ne, da hat er Angriffe höher und die Panzerung am Arsch. Nächstes Mal nur Maus? Nächstes Mal nur große Panzer, alles auf schwere Panzerumständen. Gar nichts anderes, gar keine Infanterie, wir wollen aber nur schwere Panzer. Liga 3, wir haben die Motoren weggelassen, Gewicht zu sparen. Also bei dem Gewicht und der Motorisierung wird das wahrscheinlich nicht so den großen Unterschied gemacht. Hm. Ich hab mal irgendwo so ein Dingsbums, so ein Scherz dran gesehen. Da hat einer nur mit diesen Leichttraktoren das Spiel durchgespielt. Oder nur mit Artillerie oder so nem Scheiß. So, wenn man weiß, wie das geht, geht das wohl. Ich brauche noch ein bisschen mehr Öl. Ich handel nämlich immer noch mit, äh, mehr Öl. Ja, es wird nix mehr, schade. Ich glaube, die kann man auch nur bis zum, äh, bis 48, muss ich sehen. Oder? Ich glaube, nach 48 gibt's kein Archiv, wenn's mehr... Ja, es wird nix mehr. Mhm. 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 Was hast du jetzt noch hier? Nein, ich hab... was hab ich jetzt gemacht? Ich hab... Also nicht anders. Mal sehen. Auch die mögen mich. Auch Spanien mag mich. Ja, das andere Spanien mag mich nicht. Wird das noch fertig? 75 Tage? Nee. Na, ich glaub, hier wird gar nix mehr fertig.